hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play together nämlich seven days to die mit dem barlow und dem heißen bärs hallo komm mal her komm mal her da kommt ein zombie angekriegt wo war es irgendwo hallo ich würde sagen wir laufen mal hier weg schnell das ist eine krankenschwester okay die kommen gerade uns ein bisschen her wir folgen alle mal dem barlow hier gibt es krankenschwester zombies ja was gibt es zu sagen es ist ein zombie survival games was denn sonst also war und ich wir haben es jetzt mal schon ein bisschen angetest angetestet und mussten halt auch ein bisschen server so einrichten also im eigenen server damit uns nichts kaputt gemacht wird von anderen spielern und ja der heißenberg der ist der unerfahrene der ja dann war sie mit euch der lernt mit euch genau also man muss ja und ich wissen auch noch nicht alles aber etwas ja wir wissen so die grundkenntnisse sagen wir mal warte mal man ich kann nicht mehr ich weiß noch gar nichts von dem spiel außer dass es zombies hat dass ich war lor nach rein soll ja sonst doch eigentlich schön oder ja wollen wir nicht gucken ob wir irgendwie also leute was ist denn die blöd gesagt die hauptaufgabe einfach überleben überleben so wie bei breaking point am besten alles aufsammeln was der alles looten was geht hier dieses zeug das mit einem schlafen das weiße ist ist baumwolle da hast du ja stoff draus machen letztendlich daraus schlafsäcke mit den schlafsäcken sicherst du dir dann quasi den spawn point genau wenn du stirbst spawns dann ein schlafsack und wie wir sind die zombies drauf kriege ich die mit den fäusten platt oder soll ich das bleiben lassen okay ja lasst es tagsüber ist es vielleicht noch möglich aber du kriegst da schon zu viel damage und nachts rennen bloß von den zombies weg die sind da aktiv die rennen fünf mal so schnell wie sie jetzt rennen wenn ich noch schneller und vor hunden generell wegrennen und die brauchen nicht vor hunden okay und die zombies die brauchen viel bis sie flach liegen in dem fall mit einer achse oder so nicht ja ja man braucht ich muss dich mal tracken war leute ich habe dann sie gefunden vielleicht eine insel ist soja da haben wir nämlich wo man es getestet haben den jackpot schlechthin gewunden aha und jetzt was ich hier noch mitgekriegt habe ist dass meine häuser bauen kann soll ja 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 muss sogar loch was man hier haben wir stein auf stöcke alles was du so und hier da in den baum stemmen da findet man auch was wenn du jemand guckst aber da ist das ist aber zu klein das ist ein ganz kleiner die machen jetzt auch immer so müllsäcke keine ahnung wo überall rumfliegen speziell an strassen generell immer luten okay kann man immer gebrauchen wie viele moni drin kann ich looten brauche ich da irgendwie noch ein rucksack oder war schon im inventar mit aha mit i okay ah ja ah ja und dann einfach bis halt alle slots belegt sind wahrscheinlich genau und wenn du stirbst haben wir es so eingestellt dass wir ein komplettes inventar verlierst ja das ist eigentlich auch sinnvoll finde ich für so ein spiel ja man kann einstellen dass du zum beispiel nur die toolbar 1 bis 8 und verlierst das inventar bleibt bei mir seht ihr jetzt hier unten munition gefunden gut moment ich möchte gerade zeigen hier unten über dem kompass ist so ein grünes pfeilchen habe ich schon mal rausgefunden beziehungsweise da war er mir gesagt und da sehe ich wo meine anderen jungs sind die geträgt sind da stehen sie ja ja jetzt muss noch mal einen platz finden bevor die nacht ist sagt wir haben es 12 1 1 ein bisschen zeit haben wir noch was hast denn für ein rhythmus eingestellt tag nacht tag ist länger als nacht okay na nimmst du und um halb sieben morgens ungefähr wird es wieder hell da wir noch die zombies wieder ein bisschen langsamer aber nachts rennen die die wirklich hinterher du hast keine chance haben wir irgendwie licht oder etwas oder muss man das auch erst finden man hat man kann packen kraft und wenn du leere dosen und so findest nimmt das alles mit daraus kann man eisen machen ok muss man dann als einschmelzen und kamerad raus wieder warten kann das sein dass das von der idee her so ein bisschen eine mischung aus breaking point und forest ist das ist eine mischung aus der sie um minecraft aha ok da bin ich ja fast richtig gelegen ja gut breaking point hat auch eine ähnlichkeit mit der sie nur das breaking point ständig abschmiert ja wenn man es aber auch nur wenn du sie zum laufen bringst vorher bevor es abschmiert also hier gibt es auch große städte und so natürlich aber ja wir sind halt gerade mit in der bildnis sonst wir sollten erst mal andere prioritäten setzen nämlich irgendwie zu hause ja wie sieht das denn aus könnte ich hier rüber schwimmen oder ja kannst du das kann kein problem gut hat ich will mir nur schnell ein ding machen ich sammle noch ein paar gelbe blümchen aus den gelben blumen kannst du was denn was da kannst du übrigens t machen und der hilft gegen durchfall was man ehrlich alles kriegen bekomme da ist ein bild schwein hinter dir koala da ist ein kaninchen ich glaube nicht dass das unterkrieg sein es bleibt stehen es bleibt stehen nein verdammt stirb schwein stirb du schwein ja das vielleicht beim schwein jagen noch so offen im fluss die schweine geben halt dingen und das ist halt geil fleisch weit weg passt es oder nein ich hole mir jetzt hier keine nasenfüße was machst du denn gerade schönes ich will schon eine axt machen wieder vergessen wie das geht ich wollte sagen wie macht man das denn mit ihm wahrscheinlich ja aber crafting ja dann mache ich mir das auch glatt mal aber wobei ist man noch gras ich habe vergessen wie es geht bilding ich habe aus dicks spitze speine ja meine und diese und krasdinger dann ja ja habe ich geht nicht mein gott was man hier alles machen kann wenn man wüsste wie es geht denn wir müssen das jetzt immer stück für stück für heisenberg durchgehen also heisenberg du gehst mal in dein inventar werde ich jetzt nicht von zombies angegriffen oder nein nein gut dahinten kommt zwar einer aber ich habe einen blick hast du so so gras im inventar so blades of tall grass dann hau mal auf die büschel hier und dann sammelt mit e auf ach da ich habe falsch angelegt wir sollten mal auf die andere uferseite gehen der zombie kommt näher ja na dann gehen wir mal schwimmen so absaufen kann ich aber nicht doch doch wir trinken kannst du heiße hals maul fiktig wieder blutet schon einer gut also an gras büschel im moment aber bei mir kommt jetzt schon was bei mir kommt jetzt hier kein e ich kann hier büschel hauen wie ich will hier liegt ein stick nimm mal die stick seh dankeschön aber warum funktioniert weiter 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 schlagen ach so jetzt jetzt liegt er 1 1 1 reißt schon ok guten jetzt legst du das in die mitte in der kraft im inventar gras in die mitte vom also in da wo die verschieden wo die verschiedenen slots sind oben das leere einfach in die mitte ok und jetzt auf kraft da kriegst du so ein gebündeltes gras scheiss ok jetzt gehst du noch mal auf i ja und dann siehst du doch ganz links das ist haus eine spitzhacke eine waffe und so ein werkzeug ding ja dann gehen wir auf das werkzeug ja du brauchst du hast du noch den scheinen stein hast du stein schmalen stein hätte ich ja gut dann sehen auch in die mitte und kraft ja du brauchst du ein einlegen mit rechtsklick und dann wieder kräft ja wieder kräft jetzt hat irgendwas gemacht gut nimmst du das zeug auch mal raus war aus dein kräftigen also kraft das um drüber das wäre natürlich eine idee doch ja habe ich das büschel habe ich dann gehst du jetzt eben auf dieses werkzeug ding also den schraubschlüssel oder ja 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 genau und da muss oben schon stone ex stehen steht und dann legst du die sachen die rein vorgelegt angezeigt wird und dann wieder auf kräft ok ja das ist auch nicht noch relativ gut gelöst würde ich sagen achten da kommt ein kraftler kräftler kräftler ist doch mal weiter ja wenn heiße wäsch fertig ist der kräftler ist ziemlich nah wo ist er denn oh ja heiße wäsch komm komm ja und die dicken muss aufpassen ja und was machen die da ohne die rumpfies die ohne füße die auf die dicken da wo gerade das wasser läuft und die muss aufpassen die ist dann okay aber sag mal schwimmen in dem sind tut er nicht der läuft immer dem grunde entlang ist das ja noch nicht fertig oder ja okay ja muss man vielleicht auch noch dazu sagen eben dass es eine alpha ist stimmt gibt es übrigens bei steam für keine ahnung um die 20 euro 21 22 ok und da soll jetzt so die ersten zehn minuten macht relativ guten eindruck bei mir ich finde es relativ unterhaltsam ja ich kann aber wie lange haben wir es gesagt zwei abende immer bis fünf uhr morgens zu zockern doch also unter uns hat es immer noch spaß gemacht ja cool wir haben ja eigentlich noch gar nichts gemacht also von wegen haus bauen oder so das kommt ja alles noch aber ich denke mal wenn wir ein haus bauen wollen brauchen wir relativ viel zeugs vermutlich hier ist auch keine insel jetzt sind alles nur so kleine sehen hier ne ich glaube das war echt einfach nur ein jackpot dass da was ja glaube ich auch also wir sollten halt jetzt irgendwie versuchen irgendwie ein haus zu bauen eben und dafür brauchen wir trotzdem am wasser bleiben ich würde jetzt sagen wir gehen darüber am wasser wegen dem feld in dem feld ja wegen essen anbauen wie geht denn essen und trinken apropos inventar was ja das findest du jetzt erstmal musst du gucken mal diese mini inseln könnten darauf auch was bauen schon nicht so geil oder ja für den anfang da ist es sicher wir können ja mit dem mit dem roten pflanzenzeug kann man da ja stimmt ja gut dann machen wir uns halt von anfang halt mal da kann man immer noch umziehen also cool moment das muss ich mit anlauf machen hier wird jetzt unser haus entstehen wie ist es denn mit mit essen und trinken also wie merke ich dass ich hunger oder durst habe links unten okay ja jetzt sehe ich und du kriegst leere gläser also du hast ein glas da müsste schon wasser drin sein bei inventar wahrscheinlich ja unten der leiste habe ich nicht nicht mehr schon mal gestorben also ja die steuerung eingestellt habe okay ja dann hast du nicht mehr auf jeden fall hast du so gläser hier wie ich in der hand habe ja da ist eigentlich trinken drin aber du kannst jetzt hier an bach gehen und auffüllen aber da hast du dreckiges wasser du musst es erst kochen du gott da kriegst du durchfall wenn du das trinkst ja da brauche ich die dabei war ich habe eine flashlight gefunden echt ich habe gar nicht gewusst dass sowas gibt da habe ich auch nicht gewusst und wenn ich durch verkriegt brauche ich die goldenen blätter golden rottinger da müssen wir erstmal tee draus machen dafür brauchen wir ein lagerfeuer ach je wo ist jetzt der koala hin ich hacke schon mal holz aha ich mache mir hier willst ein haus bauen auf das bisschen eiland ja das mal mein wasser außenrum und außenrum ist das check und ja und wir können uns hier noch ein podest bauen kein problem und wie baust du das jetzt auch mit inventar und dann erstmal bäume fällen soll ich auch mal bäume fällen ja wer zu dritt geht schneller ne ja ich mache ich kann jeden baum fällen den ich sehe da gibt es nicht irgendwelche unfällbaren bäume was man zum jahr 2014 nicht alles macht in seiner freizeit so jetzt muss ich mal gucken wie viel schlaf dann holz aufnehmen wahrscheinlich genau so das war kein holz das war also können zwei schlafzäcke machen wer will ein ja macht doch sonst mal ich habe kein dunst wie es geht dann ist vielleicht gar nicht schlecht wenn ich schon mal einen habe ja ich mache mir dann selber ein ich weiß ja wie wachsen die wachsen kommen her bevor du stirbst moment ja wachsen die bäume wieder nach oder sind die weg keine ahnung man kann sie aber anpflanzen kann man her zwei sekunden dann wenn ich schon grad die schlagbewegung ausführe ich habe jetzt hier mein schlagsack hingelegt du kannst denn auch nicht aufhegen rein theoretisch kannst du nicht mehr was steht auch nicht bei wagen genau eben und hier jetzt nimm du den mann leg ihn einfach neben mir und dann ist hier da ins bohren punkt wie lege ich den daneben indem ich ihnen unten in die schlauzt und genau dann rechtsklick auf dem boden vielleicht sollten wir erstmal hier ja weiß ich bevor wir verrecken erstmal zeug sammeln ich habe doch jetzt schon jede menge holz hast du ja und wir können doch hier ein bisschen gras lassen wir können doch hier anknüpfen irgendwie so ja oder ja wir lassen das gras wir machen hier die feldern und dann machen das auf die oder direkt aus wasser ja so was macht denn jetzt hier bei mir irgendwie dass der schlauzt links klick kann schon drehen rechtsklick platziert war jetzt das wollte er es nicht okay und wenn ich da jetzt drauf klicke dann speichert es nein 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 der speichert automatisch du bist stimmt wenn du stirbst landest du hier fertig ach so gut dann gehen wir holz haken hier können wir dann bald mal eine brücke braut bauen dann müssen wir nicht jedes mal das wasser durch hier ja die zombies laufen dann halt auch so da müssen wir eine vermiente brücke bauen aua das war die hand okay nehmen wir wieder die achs das ist glaube ich effektiver ja das dauert hier ein bisschen lang aber was gibt es denn sonst noch an waffen es gibt ganz normale waffen feil umbogen nicht oder schießgewehre ne armbrust gibt es und irgendwie schon mal die roten planten wie sieht es mit mit fahrzeugen aus oder braucht man das gar nicht fahrzeug gibt es nicht okay hoch selbst das holz hacken wie gelernt sein leider nicht im essen wird es erstmal noch kritisch etwas so das macht ja einen üblen krachen hier im baumfeld da hört man nicht also du kannst total hunger total durst haben und dein leben unten du stirbst nicht aber sobald du ein kleine verletzung hast bist du tot okay oder durchfall ja oder durch weil du stirbst du an durchfall und was läuft jetzt hier bei der achs noch ab da hat es auch einen grünen balken der kleiner wird wenn der weg ist seine achs kaputt aha und wie repariere ich die wieder mit metall mit so komischen metall streifen halt aber da kostet eine neue achse ist billiger als diese dinge außer durch das ne eisenachs das sieht doch definitiv eher noch nach stein bei der steinachs da geht es nicht okay ja gut aber seine eisen steinachse schnell ist die gebaut ja ja muss ich nur noch mal einen stock finden aber das auch noch ein einrichten lassen die kannst du auch aus holz machen ja leute ich denke das war mal schon mal eine erste gute einführung und machen wir in der zweiten folge hier mal weiter wird fleissig holz gehackt und da hinten sieht man ja schon dass schon was steht ja auch wenn ich nicht sehe was es ist aber dann würde ich sagen sehen wir uns hoffentlich in der zweiten folge wieder aber ich gestellte übers wasser gut ich gehe auch noch schnell übers wasser dann ist jesus genau dann ist es gemacht was gemacht ist huch gut dann sehen wir uns in der nächsten folge bis dann tschüss Tschau.